Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, heute möchte ich auch nochmal über das Thema Neid, das Thema Gier, das Thema Verurteilen und das, ja, dieses Leben nach außen hin, was wir wirklich alle tun, jeder einzelne von uns, ohne Ausnahme, der eine mehr, der andere weniger, und auch wirklich uns darüber bewusst machen, mithilfe auch vielleicht dieses Videos, vielleicht dann auch mithilfe dessen, dass ich mich zu Hause nochmal ruhig hinsetze und dann nochmal überlege und nachdenke über dem, wie ich bin, ob ich da mitmache, was ich vielleicht auch anders machen kann. Und ich möchte hier nochmal einen, ja, einen deutschen Superstar nehmen als Beispiel, als Beispiel für das, was in den Medien, ja, sehr gerne gemacht wird. Ein deutscher Superstar, der Liebling der Deutschen, ja, ein Tennisstar. Ich glaube, jetzt weiß jeder, über wen ich rede. Er war vor vielen Jahren, war er wirklich der Liebling der Deutschen. Er heißt Boris, ja, und er hat super toll Tennis gespielt. Deutschland hatte damals einen männlichen und einen weiblichen Vorzeigetennisspieler in der Welt. Wunderbar, die Deutschen haben sich gefreut, nicht nur die Deutschen, die Welt hat sich gefreut, weil, ja, viele Menschen haben sich gefreut über dieses fantastische Tennisspiel dieser jungen Menschen. Tennisspielen ist wie jede Sportart, wie jede Musikart, wie jedes Bild, welches gemalt wird. Tennis ist auch etwas, wo man sich wirklich dran erfreuen kann, was wahnsinnig schön ist zu sehen. Ja, es gibt vielleicht Menschen, die sagen, ich finde Tennis langweilig, gucke lieber Fußball. Natürlich gibt es, aber es ist ein unglaublich technisches Spiel und es macht Spaß zu schauen und vor allen Dingen auch zu schauen, wie jemand da wirklich, es sieht so leicht aus, ja, aber es ist unglaublich viel Training, harte Arbeit dahinter und, ja, wie das dann so leicht über die Bühne geht. Und jetzt ist dieser Mann, erwachsene Mann, der ein sehr, sehr, sehr bewegtes Leben hat, ein sehr spannendes Leben und viele sagen, ja, der ist ja vollkommen, äh, ähm, abge-, wie heißt es, abge-, runtergefallen, ja, ist runtergefallen und einige sind da auch, äh, haben da auch so eine Schadenfreude, wo ich ja immer sage, Vorsicht mit der Schadenfreude. Es ist die allerschlimmste Freude, ist ja keine Freude, absolut nicht, aber es ist das Allerschlimmste, was ich tun kann für mein eigenes Karma. Denn es kommt zurück, glaubt mir, wie beim Tennis, der Ball prallt zurück. Der Mann hat es schwer, ja, klar, er hat viele heftige Herausforderungen, schon bestanden einiges und auch noch zu bestehen, offensichtlich. Ich glaube, er weiß selber nicht, wann es vorbei ist. Ja, einige sagen, der hat Fehler gemacht. Er hätte es nicht anders machen können, denn nichts geschieht, was nicht geschehen soll. Auch in ihrem Leben nicht, auch in meinem Leben nicht. Wer sich hinstellt und sagt, ja, hätte ich das damals mal anders gemacht, auch ich neige dazu. Natürlich, ich sage, hätte ich mich vielleicht mal damals nicht in diesen Menschen verliebt oder hätte ich vielleicht meine Kinder anders erzogen oder ich kann auch sagen, ich habe alles richtig gemacht. Ja, ich habe alles richtig gemacht mit all den vielen Herausforderungen, die ich gehabt habe und die ich natürlich noch haben werde. Mit all den vielen Herausforderungen, vielleicht sogar ganz schlimme Dinge, habe ich alles richtig gemacht. Warum rede ich hier über diesen, über Boris, über diesen Mann, wollte ich sagen, diesen Tennisspieler. Warum rede ich hier über ihn? Weil ich etwas gelesen habe in den Medien und da habe ich mich wirklich gewundert und habe gedacht, was sind, nennen wir sie Journalisten, was sind das für Menschen, die so etwas schreiben. Sie schreiben das, weil sie absolut nicht in ihrem Bewusstsein leben. Da wurde geschrieben, die Überschrift war, ja, provokative Überschriften, die führen dazu, dass Menschen etwas lesen oder konsumieren, weil wir viele von uns ja wirklich uns in diese Negativität reinziehen lassen und auch wirklich, ja, dieses Neid, Gier, Schadenfreude, Sorge, all diese negativen Attribute, all diese negativen Emotionen, die sind auch dann mit da drin. Die Überschrift war, dass derjenige wohl ins Gefängnis sollte, ja, Gefängnisstrafe. Und das ist natürlich etwas, was dann viele Menschen, viele, eigentlich die ganze Welt, die ganze Welt, fast, naja, acht Milliarden Menschen vielleicht nicht, aber ich würde mal behaupten, die Hälfte der Welt, vier Milliarden Menschen kennen ihn, wissen, wer er ist, haben die Namen schon mal gehört. Was für ein Erfolg, ne, was für eine tolle Sache, dass die Hälfte der Menschen auf dieser Erde meinen Namen kennt. Toll. Jedenfalls, da wurde geschrieben, dass er ins Gefängnis soll. Und das habe ich dann auch gelesen, weil ich dachte, oh, das ist aber schade, das tut mir leid. Und ich habe dann weitergelesen und dann kam, dann kam der eigentliche Text, der beschrieb, dass es ganz viele Anklagepunkte gab, ne, er stand jetzt vor Gericht. Und wenn all diese Anklagepunkte vom Richter als schuldig befunden worden wären, dann wäre er für, ich glaube, mindestens sieben Jahre oder irgendwie sowas ins Gefängnis gekommen. Und dann habe ich gedacht, das ist erstens mal vollkommen falsch, die Überschrift mit dem Inhalt. Und dann habe ich gedacht, warum macht man das? Warum gehe ich aus? Warum gehe ich davon aus, von dem Allernegativsten, um über einen Menschen zu berichten? Das war, ja, das war nicht einmal mehr, das kann man nicht mit Schadenfreude umschreiben. Das war eigentlich vom Journalistischen her, aus der Sicht des Journalisten, der Gedanke, der Wunsch, die Emotion, dass man ihm das vielleicht sogar gewünscht hat. So war es geschrieben. Und ich schicke Boris hier ganz, ganz, ganz viel Liebe, ganz viel positive Energie. Da wird er rauskommen, mit Sicherheit, weil er hat auch ganz viele tolle Menschen um sich herum. Und auch wirklich, da war ich, habe ich gedacht, wow. Weil, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Schadenfreude. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns und für jede Situation. In dem Augenblick, wo ich jemandem etwas ganz Schlimmes wünsche, kriegt dieser Mensch ganz viel Energie, ganz viel positive Energie. Und in dem Augenblick, wo ich das mache, bekomme ich ganz viel negatives Karma. Und so ist das auf unserer Erde, so ist das in unserem Leben, im Universum. Das kommt natürlich nicht sofort. Das kommt nicht am nächsten Tag. Das kommt nicht morgen. Manchmal dauert es Jahre, bis das kommt. Aus dieser Perspektive gehe ich davon aus, dass derjenige noch ganz wunderbare Zeiten erleben wird. Weil er kriegt so viel Negativität über sich rüber. So viel Schadenfreude, Neid, all diese Dinge. Lasst es sein. Stoppt. Hört auf zu verurteilen. Hört auf, euch in diese Richtung ziehen zu lassen. Akzeptiert jeden Menschen so, wie er ist. So verrückt, so gemein, so negativ, so böse. Ja, weil wer ganz ohne Bösigkeit ist, wie war das, schmeißt den ersten Stein. Keiner von uns kann den ersten Stein schmeißen, weil in jedem von uns ist gut und ist böse. Und manche sagen jetzt, ja, bei manchen Leuten ist mehr böse als mehr gut. Wir brauchen auch das Böse. Wir brauchen auch das Böse, weil wir ohne Böse nicht positiv haben können. Es gibt kein Positiv ohne Negativ. Alles ist Energie. Quantenphysik. Wir reden wieder darüber. Wir kommen alle aus der gleichen Quelle. Jeder einzelne von uns ist Teil dieses großen Ganzen. Ist Teil dieser großen, gigantischen, göttlichen Energie. Und es gibt keine Zufälle. Und auch, dass der Journalist das geschrieben hat, ist kein Zufall. Er musste genau das tun. Absolut. Und trotzdem bedeutet das nicht, dass er nicht vielleicht mal darüber nachdenkt. Es ist so wichtig, das Einzige, das Einzige, was uns wirklich hilft, das Einzige, was uns helfen kann, ist unser Bewusstsein. Bewusstsein. Das ist das Einzige, was bleibt. Das Einzige, was wir haben. Das Bewusstsein. Das Bewusstsein, wer wir sind. Das Bewusstsein, welche unglaubliche Macht und Stärke wir haben. Wir haben eine unglaubliche Macht und Stärke. Wir sind wahnsinnig starke Wesen, wenn wir uns auf unser Bewusstsein konzentrieren. Wenn wir uns darüber bewusst sind. Lasst euch nicht runterziehen. Seid euch bewusst. Ja, übt das Bewusstsein auch. Übt es Tag für Tag für Tag für Tag. Übt Bewusstsein. Übt Liebe. Übt teilen. Positivität teilen. Und übt es auch wirklich, vor allen Dingen, euch selbst zu lieben. Wenn ich mich selbst liebe, habe ich kein Neid. Habe ich keine Schadenfreude. Die kann es nicht geben, wenn ich mich selbst liebe. Ist unmöglich. Je mehr ich mich selbst liebe, desto mehr wünsche ich das auch allen anderen. Weil ich weiß, wie wunderbar das ist. Aber wenn ich mich nicht selbst liebe, dann befinde ich mich in diesen Emotionen, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Fangt endlich an, euch selbst zu lieben. Versucht es. Arbeitet daran. Es ist eine Aufgabe. Wichtiger als alle anderen Aufgaben.